Hallo, ich bin Pierina. Ich bin 19 Jahre alt, ich lebe in Lima in Peru. Ich singe sehr gerne. Schon mit sechs habe ich damit angefangen. Ich wurde gefragt, wie Musik mich dem Himmel näher gebracht hat. Ich habe das Gefühl, dass ich dem Himmel näher komme, wenn ich über die ewige Bedeutung der Musik und über Jesus Christus nachdenke. Es steht immer im Mittelpunkt. Bei jedem Ton eines Kirchenlieds spüre ich, wie ich ihm näher komme. Alles, was ich singe, singe ich für ihn. Er ist bei mir, wenn ich Musik mache. Ich bin sehr dankbar für diese Begabung, die ich dazu verwende, um ihn zu preisen und sein Evangelium zu verkünden. Meine Freunde auf der ganzen Welt haben richtig gute Musik aufgenommen. Heute stelle ich euch Luz de Mol, Licht der Welt vor. Ein Lied aus dem Album der Jugendliche 2020. Ich bin ein Lied aus dem Lied aus dem Kap 33 und ich sicher bin. Tschüss, ich bin sehr jung. Ich bin ein Lied aus dem Moto9 0. Leith smarts ist mit 14 Ein Lied aus dem Licht. Wir schalten uns alle strößen. Wir waren alle Bonnen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020